Ja hallo und herzlich willkommen liebe Community hier ist mir wieder euer Chris und ja Stationiers Tutorials. Ja heute geht es mal wieder um ein kleines Thema was immer wieder aufkommt und ja ich hatte euch ja in der letzten oder einer der letzten Folgen hatte ich euch ja hier hinten diese passive Lösung der Kühlung gezeigt. Heute möchte ich euch mal hier die aktive Lösung zeigen ja mit einem Klimagerät findet ihr unter dem Atmospheric Bausatz und ich zeige euch mal wie man das ganze zusammenkoppelt. Und was man da somit treiben kann ja also zum einen wundert euch nicht das hier sind Energiequellen das sind sogenannte RTGs und da fragt man sich natürlich ach wie viel hast du denn davon angeschlossen. Ja diese Lösung mit der Klimaanlage verbraucht sehr viel Leistung sehr viel Strom ja ihr müsst wissen dass dieses Kühlgerät dieses Klimagerät kann durchaus bis zu 6 bis 7 kW Leistung ziehen. Das müsst ihr auch bei eurer Verkabelung bedenken und natürlich auch bei eurer Batteriekapazität ja aber dabei sind die Dinger sehr effektiv und sehr schnell und wenn sie dann die Temperatur erreicht haben die ihr gewählt habt dann sind sie nicht mehr so stromhungrig. Aber sobald dann eine Temperaturänderung stattfindet gibt es natürlich wieder ordentlichen Strombedarf. So grundlegender Aufbau und dieses diese Klimaanlage hat drei Anschlüsse drei Rohranschlüsse das eine hier ist der Eingang das könnt ihr auch sehen wenn ihr mit der Maus drüber fahrt seht ihr hier Eingangsverbindung. Hier kommt das Gas rein was ihr kühlen oder auffärmen wollt dann haben wir hier den Ausgang und wir haben hier den Abfall also das Waste Rohr ja und eigentlich ist das ziemlich simpel wie es funktioniert. Wir haben hier innen drin in dem Raum den wir kühlen wollen haben wir zwei passive Vents ja also passive Belüftungen die hier mal bitte vergessen kurz da sage ich gleich noch was dazu. Hier wird das Gas angesaugt geht durch das isolierte Rohr kommt hier raus und geht hier in den Eingang ja so und da ist dann quasi das Gas hier drin in diesem Raum das wird dann hier durchgeführt wird hier bearbeitet entsprechend gekühlt und aufgewärmt je nachdem oder gekühlt oder aufgewärmt je nachdem was ihr machen wollt und geht dann hier wieder rein und kommt dann hier wieder raus. Hier kommt es wieder raus so ja das hier ist verbunden mit dem Active Vent das heißt das nutze ich dafür um in diesem Raum hier gleich eine Atmosphäre herzustellen denn Temperatur kann man nur da applizieren wo auch eine Atmosphäre ist ja wenn ihr das hier vakuumiert geht das nicht dann habt ihr einen absoluten Nullpunkt aber ihr seht nicht was da dran los ist und wie gesagt ich finde atmosphärische Kühllösung irgendwie immer besser. So dann haben wir hier noch ein Temperatursensor bzw das ist ja ein Drucksensor der eben auch Temperatur messen kann und das Ganze ist verbunden mit diesen Anzeigen hier oben. Ihr seht auch ich habe hier noch Messvorrichtungen drauf das ist die Messvorrichtung des Eingangsgas der Eingangsgaspipe hier sehe ich also die Temperatur und den Druck der Eingangsseite dann haben wir hier Temperatur und Druck der Ausgangsseite ja von dem Kühlaggregat und wir haben hier hinten ja haben wir an der Abfallröhre ja hier ist ja die Abfallröhre. Hier das ist so eine Schlange ja die geht dann hier so lang und haben wir auch hinten was drauf einfach um zu gucken Messenge Kühlgas wie verhält sich das Kühlgas wird das heiß warm also kalt was passiert damit das ist nur für euch hier zur Anzeige das ist für die Funktion nicht notwendig. In diesem Rohr befindet sich X Gas X Gas kann man oder sollte man auf jeden Fall nehmen man kann natürlich auch andersartige Dinge nehmen wie zum Beispiel Wasser ja also dann nehmt er halt hier einen Wärmetauscher macht hier ein gewisses Gas rein schickt das durch den Wärmetauscher und gebt dann das über das Wasser die Sachen dann an die Umgebung ab. Ihr könnt da rum basteln wie ihr wollt wichtig ist nur dass die dass die Klimaanlage hier am Abfallausgang ein Rohrsystem mit einem Gas drin hat wie gesagt X hat sich da bisher am besten gemacht das sind bei mir 20 Megapascal 30.000 Mol ist nicht wichtig es müssen nur ein paar drin sein wenn nicht genügend drin sind kann nicht genug Wärme abgegeben werden oder Wärme aufgenommen werden wenn es sehr viele sind dann habt ihr auch mehr Möglichkeiten sage ich mal das ganze ein bisschen Träger zu gestalten das heißt ja das Aggregat hier kann entsprechend hier Wärme reinpumpen oder kann sie auch rausnehmen denn wenn ihr ihr könnt ihr mit der Maschine auch heizen und wenn ihr damit heizen wollt müsst ihr natürlich die Wärme irgendwo hernehmen und die wird dann halt hier aus diesem Waste Gas aus diesem Abfallrohr entnommen. Das Gas selbst wird nicht entnommen es wird nur die Energie aus diesem Rohr entnommen also die Temperatur sage ich mal Delta T Temperatur Unterschied der wird hier rausgenommen und dann dem der Anlage zugeführt. Ja was haben wir noch ich habe hier oben wie gesagt Anzeigen da sehen wir den Druck im Innenraum den nehme ich nur dafür da um den Raum jetzt gleich aufzupumpen dann haben wir den Input die Input Temperatur das ist das hier also was kommt gerade aus dem Raum an Temperatur hier an der Maschine an dann haben wir die Output Temperatur da seht ihr wie kalt das Gas dann ist welches hier rauskommt dann haben wir hier noch die Kühlgas Temperatur das ist diese hier also unser Kühlgas das ist ja unsere Wärme und Kälte Quelle sozusagen. Die habe ich euch hier auch noch hingeschrieben und natürlich die Temperatur des Innenraums denn wir wollen diesen hier heizen oder kühlen und dementsprechend gucken wir uns das jetzt gleich mal an was ich jetzt schon mal mache ich pumpe da jetzt schon mal ein bisschen Gas rein ja also Tür zu und ihr seht schon der Druck in dem Raum steigt und auch ihr seht die Temperatur in diesem Raum ändert sich ist ja logisch warum ändert sie sich gut wir haben hier aktuell 11 Grad Außentemperatur 12 Grad seht ihr hier neben meiner Figur und da ist natürlich klar dass wenn wir die Luft da rein pusten das Gas das dann entsprechend die Temperatur sich da auch verändert so ich werde jetzt kurz mal das Video pausieren und ihr könnt in der Zeit ja also für euch gibt es ja keine 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 Zeit Verschiebung ich werde jetzt einfach das Video kurz pausieren bis wir ein bisschen Druck haben in dem Raum und dann sehen wir uns gleich wieder und dann machen wir weiter also bis gleich. So nicht erschrecken da bin ich wieder und ja ihr seht wir haben jetzt schon ungefähr 74 Kilo Pascal drin ihr wisst ja 150 könnt ihr da reinpumpen bevor irgendwas auseinander fliegt interessanterweise weiß ich gerade nicht ob die Gerüste mehr als 150 Kpa aushalten und ob nur die Scheiben bei 150 Kpa rausfliegen ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben ich habe es nämlich gerade vergessen ich weiß es gar nicht aber ich weiß dass wir so um die 150 Kpa maximal haben dürfen ja und wir werden natürlich jetzt nicht so viel da reinpumpen denn ja wir wollen ja nochmal gucken was hier mit dem Druck passiert so jetzt werden wir kurz mal einen Moment warten und ihr seht der Druck fällt wieder und warum fällt der wieder nun der Raum ist ja kalt wir haben ja hier minus 21 Grad Außentemperatur aktuell unten rechts seht ihr die und wenn wir das Gas natürlich da reinpumpen dann wird es ja kalt und dadurch zieht sich das ja nochmal zusammen ist ja klar. So und jetzt sehen wir auch schön dass wir die Input Pipe diese hier ist ja verbunden mit dem Raum hier drinnen die Input Temperatur des Raums oder Innenraum Temperatur ist 1,7 Grad dementsprechend ist natürlich der Input und der Output auch 1,7 Grad denn die sind ja mit den passiven Ventilatoren mit diesem Rohrsystem hier verbunden und dementsprechend haben die die Temperatur. So und mit der Klimaanlage könnt ihr jetzt mehrere Dinge machen ihr könnt mit ihr heizen und kühlen und die Energie die ihr dafür benötigt also das Delta T die Temperatur Unterschiede werden hier aus diesem Rohr entnommen ja also die Energie und da sehen wir auch schon diese Kühlgastemperatur ist aktuell 14,8 Grad die wird natürlich jetzt langsam fallen weil wir natürlich 40 Grad Außentemperatur hier haben und dementsprechend kühlt natürlich die Außenluft über die Radiatur. Auch unser Kühlmedium da unser Kühlmedium aber so groß ist also so viele Moles hat in dem Fall 30.000 dauert das hier ein bisschen länger ihr seht aber schon 14,6 Grad es kühlt sich langsam ab. So und wenn ich jetzt sage okay wir haben 1,7 Grad und ich möchte jetzt mal heizen dann stelle ich das Ding hier auf 20 Grad schallt das ein und dann seht ihr hier oben die Innenraumtemperatur fängt langsam an zu steigen. Ja also ihr seht auch dass unsere Temperatur im Input also die hier wo das Gas reinkommt die hat 2 Grad und die Ausgangstemperatur die wir hinten rausschieben hat 3 Grad 3,6 und dementsprechend heizt sich dieser Raum dort drin jetzt auf. Ja also das Aggregat kann das Ganze machen. Ihr seht auch dass hier die Temperatur jetzt fällt das ist das Kühlgas also dieses hier diese Radiatoren und es ist ja klar warum die fallen. Die fallen aus zwei Gründen zum einen haben wir minus 60 Grad Außentemperatur und zum anderen muss natürlich diesem Gas Energie entzogen werden um diesen Raum zu heizen. Ja das heißt die Energie wird hier rausgezogen und dem Rohrstrang zugeführt und damit schaffen wir es den Raum zu heizen. Und ihr seht natürlich jetzt auch das geht alles ein bisschen langsam also ihr würdet euch ja denken warum geht denn das jetzt so langsam. Naja das Kühlgas hat nur 13 Grad und außen sind 60 Grad minus oder 53 Grad. Das heißt also die Energie die Wärmeenergie die hier drin steckt ist nicht sehr hoch und das Delta T also der Unterschied zwischen diesen beiden Temperaturen ist auch sehr gering. Ja also ihr würdet sagen gut das sind 10 Grad aber 10 Grad sind in Station jetzt gar nichts. Und das bedeutet dass ihr dadurch natürlich eine langsame Temperatur einen langsamen Temperaturanstieg habt. Aber ihr seht das funktioniert und das macht er auch wunderbar. Was ihr natürlich dazu auf jeden Fall auch wissen solltet ist dass wir aktuell jetzt muss wieder das Tablet aus der Hand legen weil es nicht funktioniert. Dass wir aktuell ungefähr 300 Watt ja die Klimaanlage das wackelt hier so ein bisschen ihr seht es ja 300 Watt Energie nimmt die gerade auf und insgesamt haben wir einen Energieverbrauch von 710 Watt. Liegt aber auch daran dass wir hier noch verschiedene Messvorrichtungen haben und ein paar Anzeigen normalerweise wäre das eben nicht so. Ja da hättet ihr dann nur die Leistung dieser Klimaanlage. Und da sagt man sich oh ja na wenn das aber nur 700 Watt sind das ist ja oder 300 Watt das ist ja easy peasy. Naja die Maschine hat im Moment nicht viel zu tun. Das heißt sie schafft es nicht die Temperatur sehr stark zu erhöhen. Das seht ihr ja auch es dauert ein bisschen. Weil eben die Energie die hier drin gespeichert ist eben zu wenig ist um dort jetzt diesen großen Temperaturanstieg den gewünschten zu ermöglichen. Und darum dauert das ein bisschen und darum braucht die Maschine auch nicht so viel Energie. Ja wenn wir die Temperatur jetzt zum Beispiel etwas höher stellen sagen wir mal wir wollen jetzt hier mal plus 200 Grad haben. Ja dann seht ihr schon ah das geht jetzt viel schneller und wenn ihr euch jetzt mal die Leistungsaufnahme anguckt 300 Watt ist die gleiche. Also ihr seht man kann eben auch indem man das ein bisschen austricksen indem man sagt gut ich will jetzt eine höhere Temperatur haben kann man das ein bisschen austricksen stellt man es einfach ein bisschen höher und dann seht ihr passiert hier ein bisschen mehr. Ihr seht auch der Druck steigt ist ja klar denn die Temperatur oder das Gas dehnt sich ja aus was da drin ist. Und hier sehen wir auch schön dass die Innentemperatur und also die Inputtemperatur hier sind 16 Grad des Raums ja die ist ja gleich mit der Innenraumtemperatur und die Ausgangstemperatur sind 23,7 Grad. Und da seht ihr diese Kiste heizt jetzt diesen Raum auf. Jetzt haben wir 19 Grad und jetzt stellen wir die mal wieder runter auf 20 ja wir wollten ja ungefähr 20 Grad haben und jetzt haben wir 20,7 20,8 ihr seht die steigt jetzt nicht mehr und jetzt fängt er an runter zu kühlen auf 20 Grad. Wenn wir jetzt uns mal die aufgenommene Leistung angucken sehen wir 300 Watt. Ja das hat einfach was mit dem Temperaturunterschied zu tun diese Klimaanlage hat jetzt aktuell nicht viel zu tun weil die Temperaturen in der Nähe dessen sind was wir gewünscht haben. Ja bei 20 Grad gewünscht und 20,8 haben wir hier alles gut sieht alle cheeky aus und ihr seht das Kühlgas hat ordentlich an Temperatur verloren wie gesagt Außentemperatur und natürlich den Energieentzug um den Raum zu heizen. So und wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen wenn wir sagen okay wir wollen den Raum jetzt mal unterkühlen weil wir wollen eine Kühlanlage bauen dann gehen wir mal voll runter mit der Temperatur. Wie gesagt geht nur bis minus 200 Grad und dann seht ihr schon da brennt wieder der Bär. Ja ihr seht hier hinten die Innenraumtemperatur 19 Grad 18 Grad fällt immer weiter der Druck fällt immer weiter und ihr seht dass der Output also da wo das Kühlgas in den Raum kommt fällt jetzt auch rapide runter. Und ihr werdet dann hier sehen dass die Kühlgas Temperatur sich wieder erhöht denn die Energie die dem Raum jetzt entnommen wird muss ja irgendwo hin und die wird in diese Radiatorbank übergeben und da wir da so viele Werte oder so viele Moles drin haben ist das etwas träger. Ja da seht ihr hier 9,9 das wird jetzt irgendwann 10 Grad haben und so weiter und so fort. So und dann kühlt das Ding jetzt und jetzt gucken wir mal auf den Stromverbrauch. Na so ihr seht 300 oh da sehen wir schon die ersten Peaks 347 Watt. Ja es wird immer mehr also wie gesagt das Ganze kann auch dann bis auf 6000 Watt ansteigen. Ich glaube 6400, 6500 oder 7000 Watt. Wir können ja mal gucken beim Klima. Ich weiß nicht ob sie es schon umübersetzt haben. Ja Klimaanlage haben wir übersetzt. Okay da steht die Base Power hat 5 Watt. Stimmt ja nicht. Ja wissen wir ja schon. Aber man kann das hier nicht sehen. Ne man kann es leider nicht sehen. Hier steht nichts drin wie viel die maximal haben kann. Aber ich weiß es sind glaube ich 6 oder 7 KW. Ja das ist schon ordentlich. So gucken wir mal hier rein. Ja da seht ihr schon. Jetzt nimmt sie schon 800 Watt auf. Ja du musst dich natürlich schon ordentlich anstrengen jetzt. Ja minus 2 Grad haben wir schon. Druck fällt natürlich weiter. Ist ja klar. Und ihr seht die Kühlgastemperatur steigt immer weiter. Denn wie gesagt die hier aus dem Raum entnommene Energie muss ja irgendwo hin. Ja dann werde ich jetzt mal das Ganze runterkühlen lassen. Auf sagen wir mal minus 200 Grad. Was wir jetzt hier so eben gewünscht haben. Und wir gucken uns dann mal an wie das dann aussieht wenn das soweit ist. Also bis gleich. So liebe Community nicht erschrecken. Da bin ich wieder. Und jetzt haben wir die 200 Grad minus erreicht. Ihr seht 22,9 Grad hat das Kühlgas im Moment. Und wir haben 23 Kilopascal plus noch Druck drin. Ist ja klar. Und jetzt gucken wir uns mal den Stromverbrauch an. Aktuell da seht ihr 900 Watt. Ja. Also die schiebt schon ordentlich. Die braucht halt etwas Strom. Ist ja klar. Das hatten wir ja gesagt. Dass da jetzt etwas mehr Strom entsteht. Oder mehr Stromverbrauch da ist. Weil sie eben kühlen muss die ganze Zeit. So und mehr als 199,9 kriegen wir nicht hin. Also die 200 Werte da irgendwann sehen. Aber das dauert ein bisschen. Und ihr seht eben tatsächlich. Wir haben die 200 Grad minus erreicht. Die wir haben wollen. Man könnte jetzt natürlich das Ding hier zum Beispiel anhalten. Und wir warten dann einfach mal. Und wir sehen hier. Der Druck steigt weiter. Das liegt einfach daran. Weil hier nichts. Also hier wird ja normalerweise immer entnommen. Und wieder reingepumpt. Deswegen ändert sich der Druck. Aber ihr seht jetzt. Jetzt hat der Raum die 200 Grad minus. Und jetzt könnte man eine Hysterese einbauen. 200 Grad minus. Und ich sag mal bei 190 wieder anschalten. Und ja. Dann würde die permanent hier die Temperatur auf. Also die Temperatur halten. Aktuell würde sich der Raum temperaturmäßig sehr wenig verändern. Weil wir alles isolierte Rohre haben. Also die Wärme kann aus dem Raum nicht hier außen abgegeben werden. Würden wir hier normale Rohre haben. Würde hier über das Rohr die Wärme oder die Wärme von außen in den Raum geleitet werden. Und umgekehrt. Und da das aber nicht der Fall ist. Passiert jetzt hier drin nichts. Die Tür wird noch ein wenig Energie abgeben. Also wenn es dann draußen wieder warm ist. Wird hier auf der Tür natürlich. Wenn die Sonne drauf scheint. Wird hier etwas Energie übertragen. Aber wenn ihr den Raum zum Beispiel ohne Tür macht. Was man ja durchaus machen kann. Ja. Dann würde da gar keine Wärme entnommen werden. Denn die Gerüste halten die Temperatur tatsächlich ja. Also dann hätte er die. Die würde sich natürlich dann nur ändern. Wenn ihr hier Sachen rein oder raus bringt. Ja. Gut. Das war es zum Thema Klimaanlage. Ich hoffe ihr habt ein bisschen was gelernt. Wie das Ganze funktioniert. Und was man damit so machen kann. Ja. Ich würde sagen ihr probiert das mal aus. Und wir drücken jetzt hier mal auf den Knopf. Und fangen jetzt mal an das Ganze mal zu heizen. Und ja. Ihr seht. Das geht eigentlich easy peasy. Naja. Xing Zhang Zhang. Ich soll ja nicht mal easy peasy sagen. Ja. Ihr seht also hier. Die Temperatur steigt jetzt wieder. Und die Energie wird natürlich hier von hier draußen entnommen. Ist ja klar. Ja. Also ihr seht. Das ist die Klimaanlage. Und damit kann man richtig viel Spaß machen. Man muss natürlich aufpassen auf den Stromverbrauch. Ja. Der ist natürlich immens. Und ja. Das System braucht natürlich eine Weile. Weil es ja da quasi die Luft. Die in dem Raum ist. Oder die Atmosphäre hier durchpumpen muss. Und da gibt es dann viele Leute. Die dann hier noch Active Vents anbauen. Und so. Damit das schneller geht. Das funktioniert nicht. Dann baut ihr euch hier einen riesen Druck auf. Und die Rohre platzen euch weg. Weil die Klimaanlage kann nur einen bestimmten Druck pro Tick. Eine bestimmte Mohlzahl pro Tick bewegen. Und wenn ihr hier eine Active Vent vormacht. Der drückt euch da zu viel Gas. rein. Was die Klimaanlage nicht verarbeiten kann. Ja. Also. Das war es zum Thema Klimaanlage. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen habt. Schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Euer Chris.